Nein, ich möchte zurück Ich möchte doch dahin Hm, wie ich da hochkomme, weiß ich jetzt immer nicht Egal Ich, ähm, jetzt Moment Oh, scheiße Was war denn das? Ich möchte da nicht dran Ernsthaft Gut, dann bleibe ich einfach da oben Gut, auch nicht also Gut, dann Erkundungsteam, bitte komm. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Ich hätte springen müssen. Ich hätte durch den Tiefspiel... Ne, springen müssen. Nein! Wieso kann ich da nicht springen? Ich bin so scheiße. F! 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 Aaaaah! Verdammt! Ich hätte F drücken müssen. Ich weiß einfach nicht, was das drücken muss Ich hab's dir gedruckt Nochmal Komm Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden Aber so geht's doch viel schneller, Dad Komm her, du kleines Äffchen Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte Aber diese Sache ist zu gefährlich Lara, hör mir zu Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen Du wirst mich so stolz machen Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen Ich muss die Wunde verbinden Heilende Ressourcen, rote Beeren Diese Blätter sollten die Blutung stellen Ich brauche einen Verband Wieso kann ich... Achso, es ist dann... Wann mal... Ich konnte mit... Äh... Optionen Statur und Maus Tastenzuweisung Wo kann ich denn Überlebensinstinkt Interagieren Feilen lassen Ausweichen Ähm... Ausheilen Gut Ich hab die ganze Zeit Caps Lock an Das ist auch nicht so geil Ähm... Gut, wo ist denn Sachen herstellen? Interagieren Überlebens Primärer Feuermodus Alternativer Feuermodus Summen Nachladen Heilen Altertasten Wechsel Cut Gut Also Ich kann mich nicht heilen Eine Hinterlassenschaft aus dem Köln Das direkt schmiert die da unten Müsste reichen Mehr mongolische Ruinen Der Weg scheint ganz hindurch zu führen Ich muss an den Bären vorbei Das ist ein nicht Ich bin Das ist ein nicht Ich bin Dus Ich bin Ich bin Ich bin Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Ach, jetzt ist die weg. Das wissen wir ja noch mit dem Hochsteigen. So. Wir brauchen aber noch mehr, oder? Wir brauchen, warte mal, V-Nein. Wir brauchen drei Fliegenpilze, oder? Wir müssen jetzt noch kurz zum Lager. Jetzt müssen wir hier unten rein, wo es schon drinnen war. Super. Hallo, Mama. Nein, ich bin hier. Jetzt. So, da sind wir wieder. Und wir laufen weiter nach unten. Finden Sie Stoffe für das Giftpfeil ab. Drei von dreien. Ah. Okay. Wie kann ich denn jetzt die Sachen herstellen? V? Nein. Oh nein. X? Nein. Ah ja, ich muss jetzt... Ich komme jetzt zurück zum Lager, um die Stiftpfeil durchzuführen, glaube ich. Oder so ähnlich. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Hier oben ist noch was. Oh nein. Wauw. Oh ja. Hm, Giftpfeile. Ach so. Okay. Gut. Ausrüstung. Damit kann ich nichts machen. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ähm. Ne, ne, ne. Egal. Wo war das denn mit dem Meer Munition? Oder... ... Und gucken ob wir noch ein paar... Aha, hier die Sachen können wir auch noch herstellen Einfach ein Schaltsoft für Werbe, Outfit-Bonus gewährt, zufällige Chance Okay Okay Reduziert die Verzögerung bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder generiert Also ich könnte theoretisch auch die ganze Zeit so rumlaufen Gut, machen wir mal Hier haben wir nichts In einem Bogen können wir auch nichts machen, schade Okay Muss mich ausruhen So kalt So müde So müde So müde So müde So müde So müde